Jetzt hör mir ganz genau zu, wer hier lügt, bist du und was du da machst, ist richtig schlecht. Ich weiß alles besser, ich bin die Majestät und du bist mein Knecht. Die narzisstisch, der Sinn, die starke Störung ist für mich kein Problem, aber will ich schon und du solltest mich schämen. Du kannst dich lieben, statt dessen nur Lügen, Empathie hast du nie wirklich für andere. Deine Mutter hat dich beschlagen und dein Vater war nie da, ist alles deine Scheu. Das Lighting ist auch so'n Ding, Shit wird manipuliert oder anderen das Leben diktiert. Du bist der Schönste im ganzen Land, willst du dich hören an alle Menschen, die du hörst. Stattdessen wird eine Spätung, andere Spätung. Dein Selbstwertgefühl ist im Arsch, du tepp, deshalb lachst du über andere und kannst nicht einmal selber rappen. Jetzt kommt der Wikipedia-Artikel. Der übermäßige Geltungstrang kann entweder selbstsicher in Szene gesetzt oder schüchtern verbrochen werden. Dementsprechend können Betroffene auch noch ganz abreden oder sich bescheiden. Jedem pathologischer Narzissmus kann sich sowohl durch Prallen und Bruchstoppeln sein, äußerlich auch durch unersättliche Ansprüche und Erwartungen. Menschen mit einer MPS neigen dazu Personen in ihrer unmittelbaren Umfeld emotional zu missbrauchen. Besondersexuell Partner und Kinder, um dadurch den eigenen Selbstwert, ihr Ego auf Kosten anderer zu erhöhen. Andere Formen der nazistischen Persönlichkeitsstörungen sind durch ein instabiles Arsch wechselndes SZ-Gefühl. Ihr kennt's euch nicht, dass im Extrem zwischen Glaniosität und Zahn voller Zerknüschel pendeln kann. Vorkommen kann auch eine im Inneren chronisch lehlende Hut, die schon beim kleinsten Anlass explodieren kann. Vor allem bei Kritik- oder subjektiv-erbunden Erklenkung. Eines der aufmerksten Symptome der Störung durch das Narzissen bei anderen immer wieder anerkennendes Mangelndes Einfühlungsvermögen. Viele Narzissen sind im Berufsleben tatsächlich häufig overaltiver und rechtfertigen, damit ihr hohe Selbstentschätze auch im allgemeinen. Eigennarzt sind jedoch dazu ihre Begabungen, ihre persönlichen Leistungen und ihre Beiträge zu Gemeinschaftsarbeit größer darzustellen, als sie tatsächlich sind. Gelegentlich geben sie Leistung anderer als ihre eigenen Art. Sie suchen persönliche Nähe zu viel IPs und Menschen mit hohem Sozialstaat und stellen solche Bekanntschaften als enger und intimer dar, als sie wirklich sind. Einige Fachautoren, häufig aber auch zum Sexualpartner und Familienangehörige von Narzissen berichten von gewohnheitsmäßigen Lügen. Selbsttäuschung wie auch Täuschung und Manipulation der Umgebung und Gäste. Die Reaktion auf Kritik besteht meistens in einer scharfen Attacke der Person, von der der Narziss sich infrage gestellt. Die seltene Narren, Depression und Rutzug, ihr Berechtigungsdenken und ihr Magnum des Einfühlungsherrmögen. Prädestiniert Narzissen für Missverständnisse und zwischenmenschliche Konflikte, die sehr schnell skalieren und in Wutanfälle mit dem Pennen. Die Depression und andererseits enthält starke Momente von narzisstischer Entrüstung und dem Gehvögel gemütigt worden zu sein. Viele Narzissen verüben die emotionalen Missbrauch an Personen in ihrem ängsten Umfeld, besonders an ihren Sexualpartnern und Kindern. Die Betroffenen, die manchmal als Konarzisten charakterisiert werden können, erhebliche sielischen Schaden nehmen und werden weitaus häufiger in Psychotherapie vorstellig als die Narzissen selbst. Im Deutsch und mehr noch im englischsprachigen Web existieren Selbsthilfenforen, die sich spezial mit diesen Fragen und Problemen beschäftigen. Das war der Wikipedia-Narzissmus-App. Bis zum nächsten Mal.